Also meine lieben Friends, herzlich willkommen auf ein neues Video. Wir sind in einer richtig random Fortnite-Lobby. Wirklich random. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei so einem Video einfach zu meiner Rechten haben wir ASOS. Okay, ihr kennt ihn, derjenige, der Ansagen im Internet gemacht hat. Ja, ja. Und dann haben wir einfach Abu-Go, ey, ich meinte Abu-Djulo. Ey, nicht Djulo. Bitte, Bro. Einfach Abu-Djulo, der breite Bruder, MashaAllah. Ja, in letzter Zeit, Bro, du hast mich motiviert, oder? Sehr stark. Glücklich, du bist auf Trembolonland, wir wissen es alle. Aber stark, wir haben auf jeden Fall eine richtig krasse Konstellation und wir haben heute das Format, was wir schon mal hatten, nämlich das süße Fitna-Format. Das heißt, es werden Namen gezogen, Streamer gezogen und ihr müsst dann aussuchen. Es gibt eine Kategorie, also drei. Ihr werdet drei Karten ziehen und die erste Kategorie ist, was war denn die erste Kategorie? Ich hab's auf mein Handy aufgeschrieben. Mit wem, welchem Streamer würdest du auf einer einsamen Insel chillen oder überleben? Okay, kann man beantworten. So mäßig, weißt du was ich meine? Und die anderen zwei ist ein bisschen eklig. Ihr müsst sagen, welche Person von den beiden stärker ist. Also wer bei einem Boxkampf gewinnen würde. Gegenüber mir oder gegen... Ich meine, gegen beide. Du ziehst ja drei. Mit den einen bist du auf jeden Fall. Aber du sagst einfach, wer stärker ist. Weißt du, meine? Zum Beispiel, du ziehst Monte und Eli, wer würde gewinnen? Bei einem Boxkampf. Deine Meinung. Ja. Wir sind auch natürlich, das Video dient zur Unterhaltung. Ja, nimm es mit Humor. Genau, nimm es mit Humor. Es soll keine Fitna sein, obwohl die Show Fitna-Show heißt. Also ich würd sagen, weil wir hier in der Heimatstadt von Eldorf sind, darf derjenige, das ist ja nicht mehr deine Heimatstadt, du wohnst ja jetzt woanders, ne? Du bist ein wasch-echter Türken. Du bist ja wasch-echter Türken. Elters darf anfangen. Er zieht die ersten drei Streamer und wir gucken mal, wen du jetzt alles ziehst. Tschüschlamm. Die erste Person, meine Damen und Herren, ist Daniel Schlamp, in Klammer E. Was, Digga. Daniel Schlamp ist gut, okay? Die zweite Person ist Alexis. Ui, okay. Aber wieso guckst du so? Ich weiß nicht, ich guck einfach so. Achso, okay, okay. Und Trimax. Trimax. Oder was? Eine Kombination. Okay, aber für mich ist schon mal eine Sache ganz klar. Und zwar, mit wem ich alleine auf die Insel gehe. Und zwar ist das Alexis. Sas, Bruder. Sehr, Sas. Sehr, sehr, Sas, Bruder. Wieso? Sehr, sehr, Sas, Bruder. Warum Alexis? Ja, wir gehen auf Insel. Man muss aber sagen, ich check ihn schon. Er kann ja jetzt auch nicht Alexis mit Daniel Schlamp oder Trimax boxen lassen. Ja. Ja, das stimmt schon. Stimmt, 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 stimmt. Aber er muss halt auch freundschaftliche Basis, weil ihr könnt deine Wattes haben. Wie? Bruder, die ist ein Brunner. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter, ist hart, Edith. Ja, aber sie ist älter als er. Ja, so schon. Ja, so ist okay. Ja, egal, aber auf Insel, wir chillen bisschen zusammen. Aber auf Tase-Basis. Auf Tase-Basis. Ja, stark, stark. Und jetzt gibt es einen Kampf. Wer würde gewinnen? Daniel Sch... äh, ich mein Sch... Oh, ah! Gegen Trimax. Bruder, das ist easy win. Trimax. Oh, Trimax. Ja, ja. Ich würd auch. Daniel. Ich hätt auch. Aber ich sag so, Alex ist Insel. Super. Ey, dann Boxkamp, auch super. Das Ding ist, ich glaub, er meint das nicht auf Tante. Ach, keine Ahnung, der muss es auf Tante. Du meinst es auf Tante. Ach so, ja, 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 ja. Tante. Alex hier. Alex. Du bist jetzt dran, du ziehst jetzt drei Streamer. Okay, let's go. Was ist das eigentlich? Ist das eine Rechung oder was? Keine Ahnung, oder? Wir haben irgendwas gemacht. Abogoku. Abogoku. Was? Eine ironite Schicksalsbücher. Abogoku. Wieso dieses Spiel? Abogoku. 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 Ich hab damit nichts zu tun. Das war Eldos, Abogoku, falls du das siehst. Abogoku, ja. Musti 19, das hab ich schon mal gehört. Er hat Musti gezogen. Musti ist der, der immer mit ihm ist. Ja, genau. Sein Schatz. Abogoku hab ich noch nicht viel geguckt, um ehrlich zu sein. Ist aber ein Lieber. Zwar ein kleiner Frechdachs, aber ja. Und Danny Solution. Kennst du? Das ist doch der, der mit Elotricks immer spielt. Genau, Mario Kart und so. Auch ein Lieber. Okay, okay. Aber krass, dass du die nicht kennst, obwohl die so bekannt sind. Bruder, das Ding ist, auf Twitch, der einzige unterhaltsame Mann ist ihm ist der Breite. Weißt du, was ich meine? Das ist eine krasse Ansage. Das ist eine krasse Ansage. Stark. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich glaub, einsame Insel würde ich Musti machen. Echt? Obwohl du ihn nicht kennst? Ja, ja. Ich glaub, das ist so ein süßer, bret. Der kennt die, den Musti gar nicht. Dass er mit Busserschutz auf Bett chillt und so. Oder er ist Netflix da. Relax in real life. Ja, ja. Oder der wird einfach dein Essen klauen und so. Die dann, dann eigentlich unseren halalen Brei aus der Fitna rausholen, mit dem auf die Insel fünf Uhr am Tag beten. Stark. Stark. Und dann die Breis sollen das unter sich ausweichen. Wenn Danny und Musti kämpfen würden, wer würde gewinnen? Ja. Ich würd sagen safe, Danny. Ich glaub, das ist... Also, also ich denk, beide haben keine Kampfe. Warte, Musti, was sagt der? Musti, was sagt der? Aber ich denke, aber ich denke, Danny ist so eher der massigere Typ bisschen von den beiden. Oder? Also, er ist fett, willst du sagen, oder was? Aber der ist doch nicht der Plan. Oder guck, aber Julio, du machst das gerade auch so. Aber, Bruder, ich sag, also, wenn ich Musti ist hate with. Wirklich? Ist das so krass? Oder Musti ist halt fett? Hat er so... Aber Danny sagt immer, was für Muay Thai, Bruder, der... Aber Musti kann auch kämpfen. Was? Du kämpfstens bei VR. Bei FIFA Turnieren Musti kämpft immer gegen andere FIFA Pros. Echt jetzt? Die ringen jetzt untereinander. Ja, okay. Also, du sagst, Danny gewinnt bei ihm. Egal, ich bleib trotzdem bei Danny. Okay, Danny würde bei einem Boxkampf gehen. Patrick Star würde verlieren. Medius und Musti. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt ist der Breite. Weißt du, bei dir bin ich echt gespannt, Edi. Ich bin auch selber gespannt. Mit der Wings-Einsame, Sass-Insel. So, wir haben... Aha, Rohat. Aha, ist gut bei dir. Rohat? Rohat ist gut bei dir. Rohat ist gut. Rohat ist gut. Mert Abla. Warum Abla? Hast du Abla geschrieben? Ich enthalte mich. Oh Mann. Mert Abi. Das war er. Das ist echt Disrespect. Ne Abla. Bruder, das ist schon hart der Ansage. Das ist hart, ja. Bruder, das ist echt hart. Monte? Monte. Bruder, du hast drei Banger. Du hast echt krasse Leute, ja. Boah, Bruder. Also warte. Also gut, ich helf dir erstmal. Rohat zählte mich einfach mal in das Video. Nein, Bruder, keine Chance. Ich schwörste keinen. Ich kann mit den Jungen... Ey, gar nicht böse gemeint. Denk mal, wir müssen irgendwo hinlaufen. Ich muss 20 Minuten auf einen Warten, Bruder. Mit seinen Laufen. Lass mal, Bruder, die Pinguine werden den adoptieren. Die Pinguine werden den adoptieren. Das sind seinesgleichen. Ich sag dir ehrlich, schau mal, ich weiß es schon. Ich geh auf eine einsame Insel mit Matt. Dort ist gut. Abla. Abi. Abla. Er will auch unbedingt, dass der nächste im Hotel kommt. Er will. Nein, 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 nein. Ja, ja. Es ist ein Rücken. Aber ab jetzt hat der Rücken, deswegen legt der... Ja, ja. Der längst die zweite Runde. Aber das passt schon. Wenn Rohat und Monte kämpfen würden, sag ich auf Ansage, erste Runde K.O. mit Monte. Monte lock ihn aus. Bro, Monte hat auch so Storys erzählt. Er meinte, er hat in Waldschlägerei gemacht. Ja, ja. Echt jetzt? Ja, irgendwie sowas hab ich mal gehört. Boah. Und ich sag dir ehrlich, Monte hat auch so eine Kämpferoptik eigentlich. Da fehlt zwar ein bisschen Muskulatur. Es hat eher Storys, Junge. Und das ist so... Broat ist so ein Süßchen, weißt du? Ja, ja. So ein Frischling. So ein Schönlöffel. Genau, genau. So ein... Es ist so ein Eldos. Ah, tschüss. Wer wird eigentlich gewinnen, wenn ihr beide kämpfen? Ey, bitte. Ey, bitte. Wie? Boah, das ist doch klar. Boah, das ist doch klar. Ey, warum wir die TikTok Clips ohne Scheiße? Also, ich sag ehrlich. Monte knocked Rohat in der ersten Runde aus. GG. Alles klar, Leute. Round 2. Eldos ist wieder dran. Let's go. Ich muss sagen, meine letzte Runde war echt gut. Erster Pick. Erste Person ist... Arda Sachi. Oh, stark. Oh, der Sidewalk. Sehr stark. Ja, ja, ja. Arda Sachi würde ich direkt in den Ring schicken. Ja, ohne Scheiße. Ich auch. Zweite Person Schmalenberg. Schmalenberg. Hast du das geschrieben? Schmalenberg, ja. Und dritte Person... Hanipu. Ey, Boah, der zieht immer Frauen, Mann. Oh, Hanipu noch mal. Warum zieht der immer... Hanipu ist so eine sehr nette Streamerin. Aber... Also, Bruder, jetzt ehrlich. Ich kann Isa nicht in den Ring schicken. Ja. Und... Das ist schon Löwenaussage. Das stimmt. Das stimmt. Mein Bart hat geredet. Doch, dein Bart hat... Ey, nicht vorhandener Bart. Warum denn? Ganz bisschen. Äh, Isa geht auf jeden Fall mit mir auf die Insel, aber auf Schwesterbasis. Auf Minecraftbasis. Genau, auf Minecraftbasis. Sie hilft auch immer in Minecraft. Wir bauen Sachen zusammen und so. Nicht Merkabla, sondern Honipuabla. Genau, genau. Genau. Das ist meine Sestra. Ich bin sehr gut mit ihr. Sehr sympathisch. Ja, Mann, Bruder. Du hast hier Lebenslauf geschrieben. Wow, Digga. Er hat so Gitarre zusammen gespielt. Das war so, ne? Und so, ne? Warte doch. Ey, aber... Breitenberg gegen Arda Sace. Kampf. Ja, das ist aber schon Mopping, ne? Aber... Das ist schon Mopping. Sei dir ehrlich. Isa Insel, aber... Arda gegen Schmalenberg ist sowas von ein Freemail für Arda. Bruder, 5 Sekunden. Das ist Knockout. Manchmal, ich guck seine Story. Er steht 6 Uhr morgens auf. Er läuft 20 Kilometer. Ja, Bruder, der will... Er ist ein Fahrrad, Bruder. Bruder, der läuft mehr als er chillt. Er trinkt 10 Liter Rote Bete. Rote Bete und so. Ja, ja, Bruder. Der ist komplett in dem Film. Ich sag aber ehrlich auch, Bruder, Breitenberg keine Chance. Aber ohne es böse zu meinen. Ja, sehr, sehr, sehr. Manchmal gar nicht böse. Der tut sich voraus jetzt. Mal weg, keine Chance. Arda ist der Champion. Arda, falls du das siehst, du hast gewonnen gegen Breitenberg. Das ist jetzt auch zwar nicht eine große Nummer. Aber das passt schon. Rote Bete auf die 1. Du bist dran. Sidney? Doch, kennt man. Kennt man? Stramabre. Papa Platte? Ach du Scheiße. My Dog. Hamid Loko. Hamid Loko, was ist das für ein Bild? Das hat auch... Was ist das für eine Schrifterbung? Ohne einfach Sonderschiller. Das ist so gottlos. Das ist so eklig. Was hat der geschrieben? Aber was steht da? Da steht, Bruder. Und dann hat der so schiefes Gesicht einfach gemacht. Nein, wegen dieser Verlängerung. Nein, Bruder, nein. Das ist schon eklig. Das ist schon eklig. Das ist so eklig. Ich bin gut mit Hamid. Hamid, kannst du das so auf die Sitzen? Hamid, ich enthalte mich. Hamid ist mein Bruder. Hamid ist mein Bruder. Also mit Papa Platte habe ich mich gefühlt gar nicht auseinandersetzt. Aber ich sage die Real Talk, ich finde ihn sympathisch. Okay. Ich finde eigentlich, der ist so ein netter Typ. Okay, ich würde ihn im Ring schicken. Ja. So. Ich sage Insel mit Hamid. Mit Hamid Insel? Ich glaube, mit Hamid könnte man sich doch... Ich glaube, Hamid beklaut dich, wenn du schläfst. Was meinst du? Ich schwör, ich habe ihn so hoch. Er beklaut, Bruder läuft weg. War das nicht Hort mit Sneaker-Klauen und so? Nein, Hamid Bruder. Auch? Wenn du so schläfst, der klaut dein Essen und sagt dann am nächsten Tag, warum hast du mein Essen geklaut? Das ist dann voll der Piraten-Shit, ne? Ja, okay, dann nehmen wir Sidney. Wala, du willst Sidney auf Insel schicken, mein Bruder? Ja, wieso nicht? Das ist mein Dad. Jungs, wenn soll ich dann auf Insel schicken? Das ist mein Vater, Bruder. Pass auf, was du sagst. Jungs, das Ding ist, ich nehme den. Ey, du willst den auf Insel schicken, den geht auch nicht. Das ist mein Vater. Okay, komm, scheiß drauf. Wir nehmen Sidney. Auf Insel? Das Ding ist, Bruder, wenn du wirklich so Clash of Trance Mitarbeiter hättest, ich glaube, er wäre so von den Stats eher der Beste. Also, ey, stark, ne? Ein bisschen. Er ist doch flink und so. Nützlich. Also, soll ich dir was sagen, was er wirklich ist? Er ist richtig schlau. Also, er ist ehrlich schlau. Ja, das ist das halt. Genau. Du willst, warte mal, fürs Protokoll. Du willst mit Sidney auf eine Insel, damit er für dich arbeitet? Nein, damit du es zusammen hast. Stats. Stats. Bruder. Stats. Bruder, ich habe damit nichts zu tun. Hey, nein. Sidney, kurz geht raus. Ich habe gar nichts damit zu tun. Okay, auf jeden Fall Sidney Insel und Kampfpapaplatte gegen Hamid. Ja, Bruder, sag ich. Ich denke, ehrlich, das ist guter Kampf. Dann können die beide zusammen aus dem Ring raus. Beide so. Tschüss. Hamid. Ich glaube, ey, aber was sagt ihr, wer würde eher gewinnen, Hamid oder Papaplatte? Hamid. Ich sage auch Hamid. Ich sage auch Hamid. Ja, ja, ja. Aber es ist ein guter Kampf. Safe, safe, safe. Es wäre ein schöner, interessanter Kampf. Also, Bro, am Ende des Tages, man weiß nie, es könnte auch sein, dass Papaplatte so ein Lucky Punch gibt. Nee. Und er sagt, Bro. Nee. Der wird actually das nicht sagen. Ich ziehe jetzt noch. Eins. Er wird actually das. Zwei. Oh mein Gott, ich weiß, wen du hast. Wen habe ich? Darf ich sagen, wen du hast? Ja, sag. Eli ist noch drin. Eli ist noch drin. Steffi. Revi? Warte, ich habe geil. Ich habe Revi. Eli Geller. Boah, er hat das sogar ganz ausgeschrieben. Das war er. Und Willi. Oh mein Gott. Okay, okay. Ist das, wurde dir einfach nicht gegönnt, diese Folge, ne? Ja. Passt schon, ich bin zufrieden. Also, auf eine Insel gehe ich mit Eli, weil, Bruder, wir haben Minecraft gespielt. Der Malone macht Kaktus-Farmen, dies, das, der kümmert sich voll ums Dorf. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn ich sagen darf, Bruder Levi kennt ja auch dich in meinen Kaktus. Ja, aber Revi würde, glaube ich, wenn er seinesgleichen trifft, mich verkaufen. Deswegen würde ich sagen. Ja, das kann sein. Levi ist so ein Businessmann. Ja, ja. Ne, ne, du. Ich glaube, wenn er andere Deutsche auf der Insel trifft, dann wird er mich verkaufen. So mäßig, ja. Ja, ja. Deswegen bleibe ich bei Eli Geller mit Insel. Wir bauen uns so eine geile Farm, Bruder, so Kaktus. Ja, ja, ja. Und wenn es einen Kampf zwischen Willi und Revi geben würde. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich sag dir ehrlich, Revi ist eigentlich schon auch sportlich. Meinst du? Er ist schon spannend. Er ist auch groß. Er ist halt so ein Typ, der morgens aufsteht und bisschen Fitnessstudio und so. So, ja, genau. Der macht so seinen Laufband. Genau. Dann trinkt er so seine Karottensaft und so. Genau. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. Anschließend gibt's Kartoffelauflauf und so. So den direkt gepressten Saft. Ja, ja, ja. Aus Bauernhofer. Aus Bauernhofer. Aber wir wollen Real Talk sprechen. Meiner Meinung nach würde der Kampf, ich glaube, in der zweiten Runde K.O. Und der Verlierer wäre Revi. Ja, ich denk auch. Ich denk schon. Willi ist sportlich, Bruder. Doch, das ist ne gute These. Das nicht vergessen. Wunderbar. Ich denk auch, Bruder. Weil Willi ist echt stramm, Bruder. Der macht seinen Sport. Ja, deswegen würde ich sagen, Willi gewinnt den Boxkampf. Ich weiß nicht. Ihr könnt in den Kommentaren gerne eure Meinung schreiben, wer bei Kämpfen was gewinnen würde. Abujuru ist bald zurück auf Twitch. Nur ein bisschen Geduld. Wir müssen warten, bis Erdogan sagt, komm endlich nach Hause. Ich weiß nicht, wie lange dauert's. Erdogan. Ich hab nur gesagt, wenn du den Jungen siehst, bring ihn nach Türkei gleich. Ja, Jungs. Ich zahl meine Türkei. Ich zahl türkische Steuern, valla. Also gar keine. Auf jeden Fall, ja, Abu macht bald sein Comeback wieder auf Twitch. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Er macht richtig geile Storygangs. Alles mögliche. Danke. Ich küsse dein Heiz. Hat mich auch gefreut, dass du wieder da bist. Und Eldos wisst ihr, das ist jetzt ab wie heute mein Neffe. Richtig stramm. Ja. Und mach keine Ansagen. Mach eine Ansage an einen. Rohat. Ja. Ist recht mit dir. Ja. Verstanden? Ja. Du bist der Fitnessstifter jedes Mal in L.A. Er sagt so, guck mal, da ist ein Hund. Echt? Und sagst du, da ist Edis und so. Hat er das gesagt? Ja, er hat das gesagt. Ja, alles klar, Bruder. Rohat. Ja, ja. Das nächste Mal, wenn du Rohat siehst, gehst du auf ihn drauf, okay? Okay, okay. Alles klar. Okay. An dieser Stelle wäre es das mit dem Video gewesen. Vielen Dank fürs Anschauen und ciao, ciao.